Hörst du dich einfach so da runter? Ah, da kommt noch ein... Ah, hast du Günther hier fressen, meine Scheiße? Was geht von der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich weiß, ich habe jetzt schon lange kein Minecraft-Video mehr gemacht. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit still sitze und nichts mehr an Minecraft mache. Denn ich war wenigstens schon mal wieder ein bisschen farmen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir weitermachen, damit... Ah, fängt ja gut an, fängt echt gut an. Ich glaube, wir wollten die Lohnrouten suchen gehen, damit wir die Brauerei wirklich komplett fertig machen können, die da hinten so schön steht. Danach baue ich da einen Weg hin, dekoriere den Weg mit Beleuchtung und alles. Ich glaube, ich müsste noch Laternen haben, noch mehr als genug. Die dürften reichen bis dahin, ich habe bloß keine Zäune mehr, glaube ich. Ich bin manchmal jetzt tot hier. Schießt du auf mein Haus? Hast du Macken, Alter? Ich habe natürlich hier unten ein bisschen ausgeleuchtet jetzt. Hier. Ich habe viel Floats zu uns dafür verbraucht, aber die kriege ich ja wieder, wenn hier der Rest im Bau ist. Dann wird das ja auch anders beleuchtet noch und so. Okay. Ähm, hier habe ich ein bisschen ausgeleuchtet, damit mein kleines Monstrum auch mal ein bisschen Licht hat. Weil Frieda hat gesagt, sie möchte ein bisschen Licht haben. Ja, ist ja gut. Okay, ich gehe ja schon. Hier habe ich ein paar Gesammelte. Ich sage euch, ich war stundenlang damit beschäftigt, nur Steine zu farmen. Huch. Ich brauche Leder. Leder müsste ich haben. Ja. Dann wird das noch gar nichts. So viel Leder habe ich ja gar nicht. Da kann ich doch gar keine Bücherregale bauen. Zwei Regale. Wow. Ja, dann komme ich hier hoch. Ah, scheiße. Ich kann ihn hier nicht mittig stellen. Ich habe hier keine Mitte. Wie war denn das? Muss ich das so machen? Okay, dann muss ich halt nachher einfach mal ein paar Tiere schlachten gehen. Komm, ich habe ein Boot für dich. Ey, setz das Boot hin. Verkackte Scheide. Oh, Alter. Ey, Alter. Ich kann es nicht die... Was? Geh ins Boot, Mann. Hilfe, es geht nicht. Oh, Alter. Ich scheiße mit der Olafs aus dem Arsch. Oh, Alter. Ich glaube, ich lege mich doch nicht mehr mit denen an. Sechs einhalb Stunden später. Jetzt gehe ich das jetzt mal weg. Bring alles. Guck nach meinem Fleisch. Und dann machen wir uns auf in die Unterwelt. Was zum Teufel ist denn hier passiert? Ach, ich weiß es. Ich habe das doch mal angezündet. Alter. Da ist aber ganz schön... Da ist sogar ein Block weggebrannt. Oha. Zum Glück hat sich das Feuer nicht bis zu meinem Haus ausgebreitet, Alter. So. Da muss ich jetzt mal gucken. Was macht denn ihr alle hier? Die wollen wieder alle durch mein Portal, ne? Achso. Ja, das war ja da draußen irgendwo. Frag mich nicht, wo es hingerannt ist. Es ist halt weg. Ich habe es nicht gefressen. Nein. So, ich gucke jetzt mal, ob das Boot funktioniert. Na, doch. Oh. Ey. Hä? Als ob! Okay, das war wahrscheinlich nicht hoch genug. Ich nehme also keinen Schaden, wenn ich mit dem Boot... Oh, ne. Das ist zu tief. Da habe ich Angst. Ja, das ist noch tiefer. Da habe ich noch mehr Angst. Mich ist das nicht zu hoch. Krasser Move. Ey, da kann ich ja einfach irgendwo runter, ohne mich zu verletzen. Wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Weil ich es nicht wusste. Oh, ich habe eine Frage gestellt, die mir selber beantwortet. Das klappt wirklich. Warum sagt mir sowas keiner? Okay, die sind übereinander gestapelt oder was? Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss das irgendwie markieren hier. Also besser kann das doch nicht markiert sein. Aber das ist heiß! Ich wusste gar nicht, dass ich auf die nicht drauf kann. Ganz kleines, kurzes Problem. Warum jetzt hier das Bild anders ist. Warum ich andere Klamotten anab, warum ich das neue Mickey habe. Die Aufnahme wurde unterbrochen. Und das lag daran, dass der Speicher voll war. Weil ich mir halt bei Steam neue Spiele geholt habe. Und die natürlich alle auf die Festplatte geknallt habe, ohne nachzudenken, dass eigentlich meine Aufnahmen hier mit drauf landen. Und dann hatte ich nicht mehr genug Speicher. Und das konnte ich natürlich dann erst frei machen, wenn ich die anderen Videos schon geschnitten und hochgeladen hatte. Und deswegen nehme ich jetzt erst ein, zwei Tage später die nächste Folge. Also nicht die nächste Folge, sondern ich mache jetzt erst ein, zwei Tage später diese Aufnahme hier weiter. Ich war hier hinten irgendwo. Dahinter bin ich noch gelaufen, genau. Da war auch wieder so ein scheiß Wald. Und da habe ich aber Holz gefunden und konnte mir eine Werkbank machen und die Goldklumpen verarbeiten hier. Ja. Bis ich dann gemerkt habe, ey, warte mal, scheiße, die Aufnahme läuft gar nicht mehr. Da habe ich nachgeschaut und dann... Ey, wie lange habe ich auf... Es war vielleicht 30 Minuten. Und dann war es einfach weg. Ja, scheiß halt. Aber viel ist nicht passiert. Ich bin dahinter gelaufen, konnte wieder weg, weil es sinnlos wieder so ein scheiß Wald. Und deswegen dachte ich mir, ich gehe jetzt mal... Oh, was war das? Was ist das? Weinende Opsi... Äh, ja. Gut, okay. Ähm, da hinten war nichts, war wieder bloß zum Wald. Deswegen dachte ich mir, ich gehe jetzt zurück und gehe dann wieder hier hin. Dann stand ich hier und dann habe ich halt... Aufnahme. Scheiße. Pech. Na gut, okay. Deswegen mache ich jetzt weiter. Jetzt dürfte ich genug Speichern haben, um wenigstens noch eine Stunde aufzunehmen. Okay, ich gehe jetzt hier erst mal weiter. Ich wollte hier hin. Habe ich mir dann gedacht. Ich wollte erst das Gold abbauen, aber das ist mir eingefallen. Ihr habt ja gesagt, ich darf das nicht machen. Wenn die hier sind, dann kriege ich Ärger von denen. Aber es muss doch irgendwo... Wie sucht man jetzt nochmal? Ähm, warum... Ey, ist das nicht so... Solche Steine für die Festung? Ey, wenn das jetzt wirklich so eine Festung ist, dann drehe ich meinen Hals um. Nee, das ist wieder so ein Dings. Das sind wieder solche Steine. Scheiße. Mann, es muss doch irgendwo so eine scheiß Festung... Doch, das ist sowas. Ey, oder? Ich gehe jetzt mal da hin. Wie komme ich da hin? Junge, ich weiß. Viele werden jetzt bestimmt sagen, warum brauchst du nicht einfach einen 1x1-Block nach oben? Dann bist du schneller oben. Aber ich muss ja auch irgendwie wieder runter... Oh nein. Da ist ein Dings. Wow, der schießt, Alter. Hast du, hast du... Ah, hast du Günther gefressen, meine Scheiße? Fuck! Wie, 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 wie soll ich denn... Oh nein, da ist auch noch so ein Gast, Alter. Ich sehe absolut gar nichts. Ah, der greift... Bin ich jetzt vergiftet, Alter? Ey, hast du Jacke? Äh, das ist kein Gift, oder? Das ist... Ich... Oh, komm, jetzt sterbe ich nicht, Alter. Ey, Mann, das ist ganz neues Level für mich hier. Oh, nee, das sind doch die, die ich brauche, ne? Genau, die sind das, die ich fürs Brauen brauche. Für bestimmtes Ding. Ah, genau. Da muss ich mir auf jeden Fall auch noch eine Form von bauen. Wow! Wow, Mann, die Seife, Alter. Die greifen mich ja wenigstens schon mal nicht an, ne? Oh mein Gott, wo kommt denn Achim jetzt her? Du kannst doch nicht einfach so da runter... Ah, da kommt noch einer! Ihr könnt doch nicht einfach so da runter springen. Was hat denn euch gefressen, Alter? Noch einer! Mach dich runter! Ey, Alter! Wie hoch geht das denn hier? Ich finde nie wieder raus. Da ist so eins, da ist so eins, da ist so eins. Okay, mein Schild hilft. Aber... Okay, wenn der an ist, dann ist er gefährlich. Junge! Ey, komm runter! Okay, ich darf den nicht wegschießen. Sonst fällt noch mein Loot da runter. Und das wäre halt nicht so geil. Oh Gott, der zündet ja alles an. Folgt der mir wenigstens, ne? Macht er nicht? Toll! Ja, geh halt noch weiter runter, du... Bitte mal wieder hier nach oben kommen, damit... Was ist das? Ey, ist das ein Spanner? Oh! Verkackt, du Scheiße! Das ist ein Spanner! Oh! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! wieder. Erstmal kurz weg. Erstmal kurz heilen. Einen hab ich. Ah. Also, ich kann... Hä? Mann. Junge, das ist ja komplizierter als ein Einlauf. Ah, bist du dumm? Mann. Was? Ich gucke jetzt von überall. Das ist auch was. Naja, ich krieg den Riesen. Ich wollte nur einen Lohnrund. Na gut, eine reicht nicht. Aber alter, ich sollte nicht gleich von allen Seiten kommen. Wenn ich diesen Spanner nur abbauen könnte. Aber ich glaub, der geht dann kaputt, ne? Ich glaub, ich glaube, Behutsamkeit. Da ist auch ein Gift, die... Mann. Sobald mein Steak alle ist, muss ich gehen. Hä? Hä? Jetzt reicht's mir, Alter. Immer noch keine Lohnroute. Nichts. Äh, spawn die nicht, wenn ich hier davor stehe? Ich hab eine. Als ob's gleich drei Stück sind. Ich bin wieder Burning Man. Fuck, alter. Ich hab vier Stück. Falls der mal jetzt hier mir zu nah kommt und mir in die Quere kommt und mich quert. Okay, jetzt werd ich nochmal dahin gehen und mir trotzdem noch ein paar holen. Okay, jetzt wird's aber ernst. Nein! Ah, das ist doch scheiße! Verkackte Branchen kann immer dufti. Wie soll ich denn ohne Rüstung dahin ko... Okay. Schwere Geburt jetzt hier. Die stehen davor. Ich muss jetzt da schnell hinrennen. Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, dass da jetzt nur noch der kommt. Ah, ich brenne schon wieder. Es ist ausgegangen. Wie ist das jetzt ausgegangen? Oh, fuck, alter. Oh, alter. Leck mich doch mal schnell am Arsch. Oh, scheiße. Ich muss jetzt hier dringend weg. Ich hab nicht mal mehr einen Goldhelm. Ich hab Gold in der Hand. Zählt das auch? Mein Schild ist auch weg. Nee, da ist es. Meine Axt. Ach gut, ich hab noch eine Axt. Cool. Schwert? Steinschwert? Wo kommt das her? Oh, nein. Schade, er hatte keine Lohnrute. Oh, nein. Da kommt auch noch so einer jetzt, Alter. Lasst mich doch mal in Ruhe! Wieso greift er mich eigentlich nicht an? Ich hab gar keine Goldrüstung mehr. Haha. Nee, eigentlich hab ich das Haha, weil ich komm jetzt nicht mehr an die dran. Wow! Okay, ich geh jetzt erst mal zurück. Nein! Aua! Aua! Ich brenne, ich brenne, verbrenne! Ist das ernst? Ich brauch ja von denen auch noch eine Träne. Äh, ja. Ähm, klappt ein Mann frei das Zurückschießen, würd ich sagen? Aaaaaah! Aaaaaah! Mann! Nein! Ich bin drin, ich bin sicher. Fürs Erste. Ist nicht dein Ernst, Alter! Lass mich doch erst mal entkommen! Ja, du mit deinem Loll! Äh, Alter, das war jetzt ein Füller-Fanz, ich hab's. So, ähm, okay. Seelensand habe ich. Ich tu jetzt alles wieder hier rein. Okay, Alter, und schon wieder. Das zweite Mal in diesem Projekt gestorben, Alter. Ich dreh bald hier durch. Aber in der nächsten Folge werden wir angehen, dass ich diese, äh, Quarzfarben baue. Vielleicht geh ich auch noch mal einen Ballonruten dann formen, das weiß ich noch nicht. Aber erst mal die Quarzfarben bauen. Ne, Warzen sind das. Quarz-Warzen. Und die Brauerei fertig bauen. Und schon ein paar Tränke machen wahrscheinlich. Und Glas brauche ich noch für Flaschen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like damit, nicht getan abonnieren. Diesmal verabschiede ich mich und bin damit. Out!